Es ist ganz anders, als ich es mir in Boston vorgestellt hatte. Hier im Westen finden die Menschen Land. Hier sind sie frei und ungebunden. Als Siedler auf der Suche nach Land in die Weite des Westens vordrangen... Ich wollte nur mal sehen, wie es euch hier so geht. ...stellte sich ihnen ein Mann unerschrocken entgegen. Ich dachte, alle unsere Scouts wären in der Miliz. Ich bin nicht euer Scout. Und auch nicht in eurer verdammten Miliz. Und eine Frau folgte unbeirrt ihrer Überzeugung. Mein Vater hatte mich vor Menschen wie euch gewagt. Er sagte, versuch nicht, sie zu verstehen oder von ihnen verstanden zu werden. Wie überaus reizend. Sie erlebten ein Abenteuer. Das waren Indianer auf dem Kriegspfad. Das bedeutet, sie werden überall angreifen. Sie entkamen der undurchdringlichen Wildnis. Er hat uns gerettet. Wir verdanken ihm unser Leben. Sind das die Taten eines Verbrechers? Und sie fanden zueinander. Warum versuchst du nicht, von hier zu fliehen? Weil das für mich Wichtigste hier ist. Du hast getan, was du tun konntest. Rette dich! Feuer! Bleib am Leben, egal was passiert. Ich werde dich finden. Egal wie lange es dauert. Egal wo du bist. Ich werde dich finden. Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis Madeleine Stowe Der letzte Mohikaner Der letzte Mohancies Bunchen Renn pumpkin